Wir sind unterwegs im Mustang Mach 1. Ich bin jetzt so circa 40 Meilen bereits gefahren, kurz vor zuhause. Ich habe gerade erst festgestellt, dass ich hier die Kamera dabei habe. Das ist ein Erstlackauto von 1971. Auf der Motorhaube ist vom Lack nicht mehr viel zu sehen. Der ist alles von der Sonne verbrannt. Automatisch halte die Butter weich, hängt gut am Gas, keine ausgenudelte Vorderachse oder Lenkung. Unter dem Auto was alles braucht. Wir haben ein Turnbrett-Oberteil, Lack natürlich, Himmel und die ganzen Dichtungen. Sitze sind noch recht gut, Teppich geht auch noch. Türverkleidung links fehlt, rechts wäre noch gut. Leider gibt es die immer nur als Satz. Nicht aggressiv laut, relativ alles im Original belassen. Hat ein paar schöne Chromfelgen drauf. Kickdown funktioniert ebenfalls, wie man gerade festgestellt hat. Überhitzt nicht, trotz des ständigen Stop und Go's hier durch die Stadt. Und davor bin ich schon, wie gesagt, ca. 30 Meilen über die Autobahn gefahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.